Implantologie und Parodontologie, zwei Gegensätze, die sich eigentlich anziehen. Implantologie und Parodontologie, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Thema, das über die letzten Jahre mehr und mehr an Schwerpunkt gewonnen hat. Woran liegt es? Nun, es liegt sicherlich daran, die Karies ist eine Erkrankung, die wir durch Prävention, Prophylaxe, Fluorid so langsam im Griff bekommen haben. Wenn man sich die ganzen Zahlen der Untersuchungen anschaut, dann sinkt die Inzidenz an Karies. Ganz anders bei Parodontitis. Parodontitis steigt und die schweren Formen nehmen zu. Woran das liegt, wissen die Forscher gar nicht so ganz genau. Nichtsdestotrotz brauchen wir Therapie bei diesen Patienten. Und die Therapie muss bedeuten, Parodontitis zu behandeln, aber eben auch in manchen Fällen, wo wir die Parodontitis nicht behandeln können, Implantate zu setzen. Und darum wird es gehen. Implantate und Parodontitisbehandlung. Implantologie und Parodontologie, das ist mein Thema hier. Und das ist auch etwas, was mich jetzt fast seit 20 Jahren bewegt. Ich habe vieles gesehen. Ich war im Ausland, ich habe eine eigene Praxis, ich war lange an der Universitätsklinik. Ich habe viele Aspekte in diesem Zusammenhang gesehen. Wie behandelt man Parodontitis? Wie behandelt man es in der Universitätsklinik? Wie behandelt man es in der Praxis? Und macht es einen Unterschied, wie es die Amerikaner, die Schweden oder vielleicht die Spanier machen? All das sind interessante Dinge, die ich über die letzten Jahre eingeatmet habe. Und die Essenz davon, die möchte ich mit Ihnen teilen. Was sollen Sie mitnehmen von diesen Kursen? Nun, als erstes möchte ich Sie für diese beiden Fachgebiete begeistern. Implantologie und Parodontologie, ein tolles Feld. Auf der anderen Seite gibt es Details, die sich verändert haben. Zum Beispiel die Wichtigkeit der nichtchirurgischen Therapie bei der Parodontitis. Oder die Wichtigkeit der Weichgewebsmenge bei Implantaten. All das sind Dinge, die mich begeistern. Und ich hoffe, ich kann Sie damit auch begeistern. Mein Name ist Stefan Fickel und ich bringe Ihnen alles bei, was ich weiß.